Heute nähe ich das Wettkleid Merle. Das Wettkleid Merle ist ein bequemes Kleid für den Herbst und Winter. Es hat einen großen Kragen mit Ösen und einem Hoodieband. Es ist ungefähr knielang und hat dreiviertel lange Ärmel. Das Schnittmuster für das Kleid Merle findest du wie immer bei uns auf der Webseite und den Link dazu in der Videobeschreibung. Ich habe schon mal alle Teile zugeschnitten. Hier siehst du das Vorderteil. Ich schneide mit einem Zentimeter Nahtzugabe und drei Zentimeter Saumzugabe zu. Die Nahtzeichen übertrage ich mit Knipsen in die Nahtzugabe auf die Schnittteile. Das hier ist jetzt das vordere Nahtzeichen für den Ärmel. Da mache ich zwei Knipse. Das hier ist das Rückenteil. Das hier ist der Ärmel. Den habe ich in doppelter Stofflage zugeschnitten. Hier am Ärmel findest du auch die entsprechenden Nahtzeichen. Hier das Viereck für das Vorderteil und der Kreis für das Rückenteil. Bei der Saumzugabe am Ärmel berücksichtige ich die Schräge des Ärmels. Dafür lege ich den Stoff hier an der Kante des Schnittmusters nach oben und schneide dann hier entlang der Kante mit Nahtzugabe zu. Den Kragen habe ich ebenfalls zugeschnitten. Auch am Kragen findest du verschiedene Schnittmarkierungen, die du auf das Schnittteil übertragen musst. Ich beginne damit, am Kragenteil die Ösen einzuschlagen. Dafür habe ich an der Stelle, wo die Ösen eingeschlagen werden sollen, ein Stück Flieseline aufgebügelt, damit die Ösen später nicht leicht ausreißen. Dann habe ich die Position der Ösen eingezeichnet und werde die Ösen dann einschlagen, wie auf der Verpackung angegeben. Wenn ich die Ösen eingeschlagen habe, nähe ich den Kragen zusammen. Dafür lege ich ihn so rechts auf rechts und nähe hier. Ich nähe das Projekt großteils mit meiner Overlock. Alle Nähte, die ich an der Nähmaschine mache, mache ich mit einer 80er Jersey-Nadel. Wenn du keine Overlock hast, nimm einen elastischen Stich an deiner Nähmaschine, wie zum Beispiel den dreifachen Strettstich oder auch den Zickzackstich. Wenn dir unser Nähmaschinen-Nadelparkplatz hier gefällt, findest du das Nähset bei uns auf der Webseite und den Link dazu in der Videobeschreibung. Wenn ich diese Naht hier geschlossen habe, nehme ich Vorder- und Rückseite des Kleides, lege die Teile rechts auf rechts aufeinander und schließe hier die Schulternähte. Auch das mache ich wieder mit der Overlock. Wenn ich die Schulternähte geschlossen habe, möchte ich den Kragen annähen. Dafür stecke ich ihn rechts auf rechts auf. So sieht der Kragen angesteckt aus. Hier siehst du die Ösen auf der rechten Seite. Sie zeigen zum Vorderteil. Jetzt nähe ich den Kragen rundherum mit der Overlock an. So sieht das aus. Hier nochmal von vorne mit den Ösen asymmetrisch auf der linken Seite. Das ist der Punkt, an dem ich die Ärmel annähen kann. Dafür nehme ich den Ärmel, lege ihn so an und achte darauf, dass die Nahtzeichen passen. Hier sind die zwei Knipse für das vordere Nahtzeichen und hier der eine Knips für das hintere. Jetzt lege ich den Ärmel rechts auf rechts auf das Armloch und stecke ihn an. Dabei beginne ich an den Nahtzeichen, an den Ecken und verteile den Rest dazwischen. So sieht der angenähte Ärmel aus. Im nächsten Schritt schließe ich auch schon die Seitennaht. Ich nähe dabei einmal von hier ganz vorne bis ganz unten zum Saum. Beim Stecken muss ich darauf achten, dass die Nähte in der Achsel aufeinander kommen. Ich stecke dann von diesem Punkt aus Richtung Ärmel und Richtung Saum nach unten. Wenn ich die Seitennähte auf beiden Seiten geschlossen habe, säume ich das Kleid. Dafür schlage ich meine 3 cm Saumzugabe um und nähe den Umschlag fest. Dafür kannst du an der Nähmaschine den dreifachen Strettstich nehmen oder die Zwillingsnadel. Aber ich werde an meiner Coverlock das Ganze mit einem Coverstich nähen. An den Ärmeln gehe ich genauso vor. Nach dem Säumen ist das Kleid auch schon fertig und ich kann es anziehen. Ich liebe es, es ist einfach so bequem. Ich freue mich schon darauf, es im Herbst und Winter zu tragen. Auch der Stoff ist fantastisch. Es gefällt mir sehr. Wenn du das Schnittmuster nachnähen willst, schau mal in die Videobeschreibung, da habe ich es dir verlinkt. Ansonsten schau dir auf jeden Fall noch diese Playliste und dieses Video hier an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!